Mellow, Mellow, aufstehen. Mama, lass mich noch ein wenig schlafen, bitte. Nein, Mellow, wir sind schon fast zu spät dran. Zu spät dran? Für was denn? Welcher Tag ist denn heute? Moment mal, Dienstag? Ja, und das bedeutet? Fohlen-Spielgruppe, sag das doch gleich. Auf geht's, ich bin bereit. Na dann komm, gehen wir. Mann, können wir jetzt endlich anfangen? Ja, langsam langweilt es mich hier nur rumzustehen. Na, 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 Fohlen, ihr müsst euch schon noch in Geduld üben. Ihr wisst, wir fangen erst an, wenn alle da sind. Und Mellow fehlt eben noch. Dann soll die sich mal beeilen. Ja, für heute haben wir so coole Spiele geplant. So, viel Spaß, Schätzchen. Danke, Mama, bis später. Hey, Freunde, ich bin da. Na, das wurde aber auch mal Zeit, Mellow. Leg deine Tasche bitte nach da hinten. Oh, ähm, fast vergessen. So, Tasche, bis später. Also dann, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, komplett. Dann könnt ihr jetzt tun und lassen, auf was ihr Lust habt. Viel Spaß, Fohlen. Ich bin da hinten, wenn ihr was braucht. Okay, Leute, na dann los. Was siehst du, Matrose? Ei, ei, Land voraus. Oh nein, da kommen Piraten. Wir müssen unser Schiff beschützen. Huhu, äh, was spielt ihr? Hey, Mellow, wir spielen gerade, dass wir auf einem Schiff sind und von Piraten angegriffen werden. Cool, und was macht Sheila da oben? Na, ich bin das Fohlen im Ausguck. Ich sehe alles von hier oben, was um unser Schiff herum passiert. Möchtest du auch mal? Ja, gerne. Hopp, dann hoch mit dir. Okay. Ich komm nicht hier hoch, ich bin zu klein. Oh, wie schade. Naja, äh, du kannst ja immer noch Teil der Besatzung sein. Wir brauchen noch jemanden für die Küche. Für die Küche? Ernsthaft? Ja, du kannst unser Schiffskoch sein. Und jetzt ab in die Küche und koch uns was. Ei, ei, Captain. Äh, Sheila, ich bin immer noch der Captain und ich gebe die Befehle. Oh, stimmt ja. Also, Mellow, ab in die Küche und koch uns was Leckeres. Schiffskoch. Ah, ei, ei, Captain. Okay, Leute, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, Schiff zu spielen. Wollen wir nicht lieber etwas anderes machen? Ja, gute Idee. Na, dann schlagt mal was vor. Wie wäre es mit Hindernislauf? Oh ja, das klingt spaßig. Also, Leute, damit der Parcours als bestanden gilt, müssen alle Hindernisse überwunden werden. Und zwar fehlerfrei. Das müssten wir alles schaffen, oder? Na, Logo. Klar. Äh, ja, ich denke schon. Wobei das letzte Hindernis für mich ein bisschen knifflig werden könnte. Ach, stell dich nicht so an. Das schaffst du, Mellow. Na, wenn du meinst. Schau, ich gehe als Erste durch. Dann zeige ich dir, dass das wirklich total einfach ist. Also, dieser kleine Sprung dürfte für dich kein Problem sein. Hier muss man schon ein bisschen höher springen. Siehst du, war ganz einfach. Und diese beiden hier sind auch richtig einfach. Und jetzt mit ganz viel Anlauf. Wow, bravo, Betty. Du bist ja ein richtiges Springfohlen. Hehe, danke. Ich weiß. Habe ich alles von meiner Mutter gelernt. Und du denkst, ich schaffe das auch? Wirklich? Ja, und jetzt komm. Du bist die Nächste. Gut, also das hier ist kein Problem. Wow, das ist höher als gedacht. Mellow, komm schon. Spring. Okay, ich probiere es. Yay, geschafft. Ja, also das ist einfach. Und das hier auch. Und jetzt mit viel Anlauf, hat Betty gesagt. Au. Mellow, Mellow, geht's dir gut? Aua, ja. Ich habe die Höhe des Sprungs unterschätzt. Ich dachte, ich schaffe das. Aber ich habe es nicht geschafft. Oh Mann, ich glaube, der Parcours für fortgeschrittene Fohlen passt wirklich nicht zu dir. Ja, ich glaube eher, dass du den Babykurs machen solltest. Ist hierfür, glaube ich, noch etwas zu klein. Ey, mach dir nichts draus, Mellow. Wollen wir uns nicht lieber etwas stärken? Oh ja, ich habe schon richtig Hunger. Aber danach machen wir mit unserem Hindernislauf weiter, okay? Na klar, Point. Eure Lunchboxen sind gerichtet. Ihr wisst ja, wo ihr sie findet. Ja, nämlich direkt hier oben. Äh, äh, ich komme nicht an meine Lunchbox. Äh, Tarika, ich glaube, Mellow braucht ein wenig Hilfe. Oh Mist, ganz vergessen, die Lunchbox für sie runterzustellen. Ey, eigentlich krass. Mellow ist so mini. Die kommt noch nicht mal zu ihrer Lunchbox hoch. Ja, irgendwie ein bisschen traurig. Tja, wir sind halt wirklich viel größer als sie. Hätte sie halt mehr Äpfel essen sollen. Meine Mutter hat immer gesagt, davon wird man groß und stark. So, hier, bitte schön, Mellow. Vielen Dank, Tarika. Oh, ich bin gespannt, was ich diesmal leckeres in meiner Lunchbox habe. Ich auch. Ich hoffe, es ist ein leckeres Käsebrot. Und als Nachtisch vielleicht ein Karottenpudding. Hey Leute, äh, habt ihr noch Platz für mich? Äh, nichts für ungut, Mellow, aber der Tisch ist eventuell ein wenig zu hoch für dich. Geh doch lieber an den niedrigen Tisch da hinten. Äh, ganz alleine? Na, ich werde mich sicherlich nicht dazu stellen. Danach tut mir doch alles weh, wenn ich mich immer so runterbeugen muss. Oh, okay. Mann, Mann, das ist so ungerecht. Wieso bin ich nicht auch so groß wie all die anderen? Das ist richtig gemein. Die schließen mich total aus. Huh, Mellow, ganz alleine hier? Es tut uns wirklich leid, dass die meisten Sachen wirklich für größere Fohlen ausgelegt sind. Aber so ist das nun mal. Es tut mir wirklich leid. Ach, schon okay. Ich hole eins der anderen Fohlen. Sie soll dir Gesellschaft leisten. Oh, das wäre wirklich spitze. Danke. So, Mädels, warum schließt ihr eigentlich immer Mellow aus? Jemand soll sich zu ihr setzen. Bitte. Ach, na schön. Oh, hey Sally. Schön, dass du hier bei mir bist. Ja, ja, kein Problem. Komm, lass uns unser Zeug essen. Dann können wir umso schneller wieder spielen. Okay, ja. Guten Appetit. Jupp. Dir auch. Eww, bin ich satt. Ich kriege wirklich gar kein bisschen mehr runter. Uff, ich auch. Ja, das könnte ich jetzt gebrauchen. Ja, das könnte ich jetzt gebrauchen. Schlaft gut, Fohlen. In einer Stunde wecke ich euch wieder auf. Danach könnt ihr wieder voller Power weiterspielen. Da freue ich mich schon drauf. So, Fohlen, die Schlummerstunde ist um. Ähm, uff, Mann, ich bin wieder voller Energie. Ja, lasst uns weiterspielen. Machen wir mit dem Hindernislauf weiter? Auf jeden Fall. Äh, Leute, warum seid ihr auf einmal so mini? Äh, Gegenfrage, Mellow. Warum bist du auf einmal so groß? Boah, ey, bist du riesig. Was, was hast du gemacht? Naja, ist doch egal. Lasst uns weiterspielen. Hindernislauf. Du bist noch mal dran, Mellow. Okay. Oh, upsala. Ähm, ja, wir können ja vielleicht doch wieder Schiff und Piraten spielen, oder? Klar, okay. Matrose, was siehst du? Captain, ich sehe ein Seeungeheuer. Auf zwölf Uhr. Schnell, wir müssen einen Angriff starten. Äh, und was soll ich jetzt machen? Naja, äh, du sollst uns angreifen. Ähm, na schön. Oh mein Gott, das Seeungeheuer kommt näher. Äh, aua. Das war ein starker Angriff, doch mehr hast du nicht drauf, Seeungeheuer? Komm schon, los, kämpf gegen mich. Aua, Mellow, du musst es ja nicht übertreiben. Äh, ja, äh, wir geben auf. Hier ist die weiße Flagge, Leute. Fohlen, Fohlen, was macht ihr denn da? Das ist viel zu gefährlich. Mellow. Was denn? Du sollst dich deinem Mitfohlen verletzen. Ähm, das, das war ja auch nicht meine Absicht. Ich hab irgendwie nicht gemerkt, wo ich hintrete. Sie haben gesagt, ich soll angreifen und, naja, das hab ich halt getan. Ah, spielt bitte was weniger Gefährliches, ja? Na schön. Wie wär's mit Fangen, Leute? Ja, gute Idee. Äh, ich versteh euch hier oben nicht. Könnt ihr vielleicht ein bisschen lauter reden? Oh, das tut uns wirklich leid, Mellow, aber ganz ehrlich, du spielst nicht mit. Äh, warum denn? Naja, wir haben vor, Fangen zu spielen und wir haben Angst, dass du uns währenddessen irgendwie tottrampelst oder so. Wieso, wieso sollte ich das denn? Hast du dich mal angeguckt? Du bist in echt ein Monster, nicht nur im Spiel. Aber, aber das ist unfair. Ich will nicht mehr so groß sein. Ah, oh mein Gott. Das, das war alles nur ein Albtraum. Ich, ich bin normal groß. Ja, endlich. Ich hab meine normale Größe wieder zurück. Was schreist du hier denn so rum? Andere wollen vielleicht noch schlafen. Point, Point, ich hab geträumt, ich wäre ein Riese gewesen. Du, ein Riese? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, das willst du auch nicht. Ich habe alles zerstört und euch auch verletzt, obwohl ich das nicht wollte. Wie darf ich mir denn das vorstellen? Wie groß warst du denn? Keine Ahnung. Gefühlt war ich so hoch wie ein LKW. So hoch wie ein LKW? Wow, das ist schon hoch. Äh, jetzt wo wir schon wieder alle wach sind, wollen wir weiterspielen? Na klar, aber ich, ich habe nachgedacht und bevor wir anfangen weiterzuspielen, würde ich mich gerne im Namen von uns allen bei dir entschuldigen, Mellow. Hä? Wieso denn das? Naja, wir haben dich die ganze Zeit aufgrund deiner Größe irgendwie ausgeschlossen und, naja, anders behandelt. Wir haben uns irgendwie auch über dich lustig gemacht. Das tut uns wirklich leid. Du kannst nichts dafür, dass du kleiner bist als wir. Und du bist natürlich auch ein bisschen jünger und so. Und naja, es ist doch völlig normal, dass nicht jeder gleich groß sein kann. Wir hätten uns nicht über dich lustig machen dürfen. Und uns auch nicht, naja, wie was Besseres fühlen dürfen, nur weil wir ein wenig größer sind als du. Ja, das stimmt. Das tut uns wirklich total leid. Es war falsch von uns. Wir haben irgendwie gar nicht gemerkt, dich ausgegrenzt zu haben. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, haben wir das wirklich getan? Ja, okay. Entschuldige, Mellow. Ja, tut uns wirklich leid. Und hey, wir versprechen dir, auch wenn du an die Lunchboxen so nicht drankommen solltest, wir helfen dir, okay? Ja, und es werden sich auch immer zwei von uns an deinen Tisch setzen. Nein, wir setzen uns das nächste Mal alle gemeinsam an den kleinen Tisch von Mellow. Aber habt ihr denn da überhaupt alle Platz? Ist doch egal. Wir wollen dir Gesellschaft leisten. Ja, wir bekommen das schon irgendwie hin. Oder wir basteln dir eine kleine Aufstiegshilfe. Dann kannst du an unserem Tisch mitessen. Na, das wäre natürlich auch eine tolle Idee. So, dann, lasst uns weiterspielen. Aber irgendwie habe ich auf Hindernislauf gar keine Lust mehr. Hat jemand anders einen Vorschlag? Ja, ich hätte einen. Verstecken. Haben wir schon ewig nicht mehr gespielt. Aber gerne. Ich bin dabei. Ich auch. Ich auch. Und ich zähle, okay? Okay, aber nicht schummeln. Eins, zwei, drei. Sie zählt bis hundert. Los, Leute, versteckt euch. Ich liebe Verstecken und ich bin darin auch total gut. Ich finde immer die besten Verstecke. Besser als alle anderen. Weil ich, naja, ein bisschen kleiner bin und überall drunter passe. Es hat vielleicht auch seine Vorteile, kleiner zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.